Hi, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von 3Cubic. In diesem Teil soll es mal nicht um Webdesign oder Design gehen, sondern heute geht es mal um die Sicherheit und den Datenschutz am heimischen System. Egal ob ihr Windows oder Mac OS benutzt, sämtliche Systemkomponenten und Software, die ihr installiert habt, und sendet ständig Daten ins Internet. Hier sehen wir zum Beispiel eine solche Meldung. Das geht also an den Facebook-Server, der höchstwahrscheinlich in den USA sitzt. Hier ist das jetzt nicht angegeben. Für gewöhnlich wird hier aber auch noch gezeigt, in welchem Land diese Adresse sich befindet, wo die Daten hingeschickt werden sollen. Ich blockiere das jetzt mal. Und auch hier sehen wir wieder eine Nachricht, dass eine ausgehende Verbindung dieser Systemkomponente an eine IP-Adresse in die USA geschickt werden soll. Auch das blockiere ich jetzt für dieses Mal. Was mir diese Informationen zur Verfügung stellt, ist diese großartige Firewall im Rahmen der Internet-Security-Komplettlösung für Sicherheit beim Web-Surfen auf dem heimischen System, ein Windows-System. Hier sind also alle Module aktiviert und wer diese Software zum ersten Mal installiert, der sollte unbedingt auf die Einstellungen der Firewall gehen, hier bei More Settings. Ich habe die Software auf Englisch installiert. Ich finde einfach englischsprachige Software wesentlich angenehmer in der Bedienung. Die lässt sich aber durchaus auch auf Deutsch betreiben. Wer also diese Software installiert hat, der wird zunächst feststellen, dass die auf dem sogenannten Autopilot-Mode läuft. Ich kann jedem nur empfehlen, der sich ein bisschen mit der Technik auskennt und auch beschäftigen möchte, diese Firewall von G-Data auf Create Rules Manually zu setzen. Das heißt, jedes Mal, wenn eine frisch installierte Software oder eine bereits installierte Software, die zum ersten Mal eine eingehende oder ausgehende Datenverbindung aufbauen möchte, dann bekommt ihr diese Nachricht, dass das gerade stattfinden soll und ihr könnt entscheiden, einmalig erlauben, einmalig verbieten oder immer erlauben und immer verbieten. Wenn ihr das also macht, immer erlauben oder immer verbieten, dann wird diese Firewall, diese Regel wird dann in einer Liste gespeichert, die ihr natürlich auch jederzeit wieder ändern könnt. Dazu kommen wir später noch. Ich möchte euch jetzt erst einmal zeigen, was ich aus Sicht der DSGVO, Datenschutzgrundverordnung und aus Sicht des TTDSG, des Telekommunikations- und Telemedien-Datenschutzgesetzes, äußerst bedenklich finde. Also, letzten Dienstag war ich auf einem WordPress-Meetup und wie immer ging es darum auch um Datenschutz, DSGVO, für den Betrieb einer eigenen Website mit WordPress. Da stellte sich mir die Frage, warum machen die grauen Herren in Brüssel und als Webdesigner oder als Start-up-Interessierte das Leben schwer mit sämtlichen Hürden für den Betrieb einer Website und warum darf die Software, die man zu Hause am heimischen Rechner installiert hat, offenbar machen, was sie will. Also, es werden lustig munter Daten nach Amerika gesendet, Daten aus Amerika empfangen, nach Großbritannien, um das wirklich mitzubekommen, welche Software, wohin Daten sendet und woher Daten empfängt, ist eine solche Firewall, eine Internet-Security-Software-Lösung, absolut obligatorisch. Wer so etwas also nicht hat, der sollte sich ganz dringend eine solche Lösung zulegen. Es gibt sehr viele Anbieter. Anfang des Jahrtausends, als das so mit Internet für mich losging, Da gab es noch eine kostenlose Firewall, die nannte sich Zone Alarm. Die habe ich immer verwendet und konnte so auch sicher sein, dass keine Software, die ich installiere, ungefragt Daten ins Internet sendet oder Daten aus dem Internet empfängt. Diese Software wurde aber irgendwann einfach viel zu einfach und ich habe mich nach einer Komplettlösung für Virenschutz und Firewall auf dem System und fürs Internet umgesehen und bin dann, glaube ich, Anfang 2003 bei Kaspersky gelandet. Ich habe mir also die Kaspersky Internet Security geholt und auch regelmäßig einmal im Jahr aktualisiert mit einer neuen Lizenz. Irgendwann, ich glaube, es war im Jahr 2009 oder 2010, da wurde diese Software so unerträglich langsam, dass ich mir gedacht habe, jetzt muss ich mich mal nach einer Alternative umsehen. Also gefühlt seit 2010 verwende ich die G-Data Internet Security Software Lösung einer deutschen Firma aus Bochum und ich bin immer noch höchst zufrieden mit dieser Software, weil sie bremst das System nicht aus, sie tut, was es soll, sie hat ein sehr schönes Interface, ein User Interface für die ganzen Einstellungen, die man hier machen kann und ich verwende sie äußerst gerne und fühle mich damit auch gut geschützt vor Software, die ich auf meinem System installiert habe, vor Betriebssystemkomponenten, die auch lustig munter Daten in die USA senden. Wir sehen das jetzt hier zum Beispiel wieder, WhatsApp, diese App benutze ich auf meinem Windows-System. Ich habe sie noch nicht einmal gestartet und trotzdem sehen wir, es ist eine ausgehende Verbindung und hier steht es jetzt auch wieder, etwas abgeschnitten, aber man kann das hier markieren. Hier wird eine, hier werden also, hier wird eine Anfrage gestellt, ob Daten von dieser installierten App, die ich noch nicht mal aktiv in diesem Moment nutze, an einen Server in die USA gesendet werden dürfen. Da ich diese Firewall, diese Software WhatsApp gerade nicht verwende, sage ich Block This Time. Ich möchte ihn natürlich nicht permanent blocken, weil wenn ich diese Software aktiv nutzen möchte, dann soll das natürlich auch funktionieren, dass ich damit meine WhatsApp-Nachrichten senden und empfangen kann. Schauen wir uns mal an, was, ich habe ein paar Firewall-Regeln aus meiner Firewall vor Beginn dieses Tutorials entfernt, ein paar Systemkomponenten, die also ganz schnell Daten ins Internet senden, Daten aus dem Internet empfangen, nach Amerika, Großbritannien und sonst wohin. Ich zeige das jetzt mal, indem ich das Windows Startmenü öffne, wo ja auch die Suchfunktion integriert ist. Ich öffne das Startmenü also mit einem Druck auf die Taste Windows links und ich suche jetzt nach dem File Explorer. Hier sehen wir den File Explorer. Ich öffne den mal. Seltsam, meine Firewall hat noch nicht Alarm geschlagen. Vielleicht hat Windows etwas an dieser Systemkomponente geändert. Es ist noch gar nicht allzu lange her. Da hat sofort, sobald ich das Startmenü geöffnet habe und noch nicht mal eine Suche ausgeführt habe, hat sich ein Systemprozess namens search.ui.exe, executable file, eine ausführbare Datei, hat sich sofort mit einem Server in den USA verbunden und wollte Daten an diesen senden. Hier sehen wir die großen Komponenten dieser Internet Security Software Lösung, also der Virenschutz und hier die Firewall. Hier sehen wir, dass bereits sechs Anwendungen geblockt wurden, aufgrund meiner festgelegten Regeln in diesen Rulesets. Hier sehen wir das. Es gibt also diese vier Kategorien von Rulesets. Am wichtigsten scheint hier diese Trusted Networks-Geschichte zu sein. Mit einem Doppelklick darauf öffnet sich dieses Fenster und ich verwende immer diesen Advanced Ruleset Editor. Hier sehen wir also eine ziemlich lange Liste von Programmen, die Daten ins Internet senden und Daten aus dem Internet empfangen. Hier sehen wir das in dieser Spalte Direction, Outbound, also Outgoing, also Daten werden gesendet. Inbound, das Gegenteil ist der Fall. Daten werden aus dem Internet empfangen und manche Programme haben auch eine Inbound-and-Outbound-Connection. Hier sehen wir das, insbesondere bei diesen Systemprozessen, die hier vorhanden sind. Das sind also Standardregeln, die hier von Anfang an von der Firewall von G-Data bereits hinzugefügt wurden. Und wir sehen, wir haben jetzt hier insgesamt 209 Regeln definiert. Die neuesten tauchen hier immer ganz oben auf. Ihr könnt das aber nach all diesen Spalten hier mit einem Klick sortieren, also nach dem Namen der Anwendung kann man das sortieren, alphabetisch. Man kann das auch nach Access sortieren, also erlaubt oder nicht erlaubt. Hier sehe ich jetzt also sämtliche Prozesse, Anwendungen, die nicht erlaubt werden. Hier eine ganze Reihe von Anwendungen. Wir können das auch nach der Direction, nach der ausgehenden oder eingehenden Verbindung sortieren. Hier sehen wir die Outbounds. Hier unten sind die In-and-Outbounds. Und hier ganz oben, das sind so die wenigsten eingehende Datenverbindungen, die hier aufgelistet sind. Wenn jetzt also eine Nachfrage kommt, dass eine Software jetzt irgendetwas ausführen möchte, ich mache diese Fenster noch mal zu, öffne hier noch mal die Suche und gebe mal ein Mail, dann öffnet sich diese Windows-Mail-App, die ich zwar nicht aktiv nutze, aber da bin ich ganz sicher, dass da sofort ein paar Requests kommen. Hier sehen wir das auch schon. Diese Systemkomponente hxoutlook.exe versendet eine ausgehende, also versendet Daten an eine IP-Adresse in den Vereinigten Staaten. Man kann diese IP-Adresse hier kopieren. Dann geht man zu Google und sucht nach WhoisIP. Es gibt unzählige solcher Tools auf Websites, die ihr verwenden könnt. Ich bin jetzt hier mal bei whois.com slash whois, also das ist dieser Menüpunkt hier, wenn ihr auf der Startseite seid, dann könnt ihr hier eine IP-Adresse oder einen Domain-Namen angeben und erfahrt genau, wo sich die, wem diese IP-Adresse gehört und wohin diese Daten gesendet werden. Also wir sehen jetzt hier, die ist von Microsoft. 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 Das dürfte also in der Nähe von Seattle sein, glaube ich. Und dann kann man hier jetzt eine Entscheidung treffen, die sollte man also bewusst treffen. Wer sich nicht sicher ist, sollte grundsätzlich immer erst mal sagen Block this time, so dass ihr bei der nächsten Verbindung erneut gefragt werdet. Das kann natürlich auch auf die Dauer ganz schön nervig sein, wenn diese diese Dinger hier permanent aufpoppen. Aber wenn ihr das mal eine Weile getestet habt mit den Anwendungen, die regelmäßig zu blocken, also dass da keine Daten empfangen oder gesendet werden können und ihr merkt, euer Betriebssystem funktioniert immer noch so gut wie vorher, dann könnt ihr irgendwann mal sagen Always Block und habt dann eine Regel erstellt, die automatisch angewendet wird, ohne dass ihr jedes Mal mit einem solchen Dialog hier gefragt werdet. Ihr seht hier auch noch zwei weitere anklickbare, ja in dem Falle Dateinamen, also Programme. Wir sehen hier, das ist die Application, also die Anwendung, die diese Anfrage stellt und hier sehen wir, wodurch, durch welchen Systemprozess dieses Programm gestartet wurde. Wir klicken jetzt hier mal auf HX Outlook Exe und es öffnet sich dieses Fenster, so dass, wo wir sehen können, um welches Programm es sich genau handelt, wo es sich auf unserer Festplatte befindet, also wir könnten jetzt hier mal auf Locating klicken, dann öffnet sich der Windows File Explorer und diese Datei, die hier diese Anfrage stellt, wird direkt markiert. Also wir sehen Windows Apps, Programme Files, Windows Apps, Microsoft Windows Communications Apps. wir können hier auch sagen, Properties, also die Dateieigenschaften und unter Details sehen wir auch eine Beschreibung, Produktname, Produktversion und alles, was uns wichtige Informationen liefern kann, um zu entscheiden, wollen wir dieser Datei, diesem Programm, den Zugriff auf das Internet erlauben, mit einer ausgehenden Datenverbindung und oder einer eingehenden Datenverbindung. Ich schließe das und da ich den Mozilla Thunderbird Mail Client verwende und nicht diese rudimentäre Mail App von Windows 10, sage ich jetzt wieder Always Block, um von dieser Anwendung nicht weiter genervt zu werden. Wenn wir jetzt nochmal hier in die bei den Trusted Networks in die Regeln schauen, sehen wir ganz oben ist jetzt eine Regel automatisch hinzugefügt worden. Wir sehen hier, die wurde also erstellt aufgrund unserer Entscheidung durch dieses Pop-Up, durch diesen Alarm. Hier sehen wir nochmal eine solche Datei, die ebenfalls wieder an eine andere IP-Adresse in den USA Informationen sendet. Ich gehe mal zu diesem Dienst und überprüfe, was sich hinter dieser IP-Adresse versteckt oder wer sich hinter dieser IP-Adresse versteckt und hier sehen wir, das scheint also in Amerika, in Chicago irgendwo zu sein, auch von Microsoft. Ich checke diese IP jetzt nochmal mit dieser anderen Website, weil hier werden uns die exakten Whois-Informationen angezeigt, Microsoft, Redmond, Washington. Da könnt ihr natürlich sicher sein, das ist also von eurem Betriebssystemhersteller Microsoft. Einige Systemprozesse benötigen Zugriff auf das Internet, sowohl zum Senden als auch zum Empfangen von Daten, aber in der Regel solltet ihr das genauestens im Blick haben, welche Software auf eurem Rechner installiert ist, ob eine eingehende Datenverbindung und oder eine ausgehende Datenverbindung zugelassen wird. Ganz, ganz wichtig ist natürlich hier die Web Protection, der E-Mail Check, die Spam Protection, alles aktiviert und wirklich sehr, sehr wichtig, diese Firewall solltet ihr unbedingt auch immer nicht im Autopilot Modus benutzen, sondern die Regeln für eure Software und Systemkomponenten selber festlegen. Hier sind also auch noch Einstellungen für die Anti-Spam Funktion, erweiterte Einstellungen für Antivirus Guckt euch diese ganzen Einstellungen einfach mal an und schaut, wie das für euch am besten passt, wie diese Internet Security Software mit all seinen Modulen konfiguriert wird. Ich hoffe, das war ein interessantes Thema für euch. Ich kann euch nur sehr empfehlen. Nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Kauft euch definitiv eine Internet Security Software Lösung. Es gibt wirklich sehr sehr viele Anbieter. Ich bin seit 2010 schon G-Data Kunde aus Bochum und ich verwende diese Software wirklich sehr sehr gerne. weil sie nicht so stark mein System lahm legt und auch wirklich vom Design her sehr schön und übersichtlich gestaltet ist. Man kann sämtliche Einstellungen für die Firewall-Regeln selbst definieren und wenn man jetzt mal zum Beispiel hier ich gehe nochmal auf diesen Regel-Editor wenn wenn man sich mal hier vertan hat man hat hier eine ein Programm oder eine System Komponente dauerhaft blockiert dann kann man die einfach markieren hier oder auch man kann mehrere markieren ich markiere jetzt mal diese drücke die Taste entfernen und sage ich möchte diese Regel damit wieder entfernen wenn diese Software das nächste Mal versucht eine Internetverbindung eingehend oder ausgehend herzustellen dann werdet ihr erneut gefragt und könnt dann eure Entscheidungen revidieren falls ihr versehentlich mal eine Komponente blockiert haben solltet die doch wichtig für die reguläre Funktion in eurem Betriebssystem ist ich hoffe euch hat dieser Teil gefallen ich finde das persönlich ein sehr sehr wichtiges Thema denn alle reden von Datenschutz DSGVO TT DSG auf Websites und Website Betreibern wird das Leben damit schwer gemacht und die Software die auf eurem Betriebssystem installiert ist oder auch euer Betriebssystem selbst scheint da offenbar ein Freifahrtschein für lustige muntere Datenverbindungen in die USA zu haben also da sollte man mal drüber nachdenken ich hoffe das hat euch hier was gebracht und dass ihr euch auch wirklich eine Firewall oder eine Internet Security Software zulegen werdet also für rund 30 Euro im Jahr ist so eine Lizenz für ein System erhältlich ich selbst kaufe mir immer so eine 3 Platz Lizenz die ich mir auch mit meiner Mutter noch teile und auf meinem Laptop und auf diesem Rechner auf dem ich täglich arbeite damit spart man dann noch mal einiges pro Lizenz für einen Computer jetzt bald am 26. 2. läuft meine Lizenz wieder aus und ich werde eine erneute 3 Platz Lizenz von G-Data aus Bochum besorgen also nehmt die Sicherheit an eurem heimischen Arbeitsrechner ernst kauft euch eine Internet Security Software Lösung ich kann euch G-Data nur sehr ans Herz legen nicht zuletzt weil es ein deutsches Unternehmen ist was in Bochum sitzt seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine gab es diverse Internet Blogs wie zum Beispiel heise.de t3n.de die ausdrücklich davor gewarnt haben eine solche Firewall Lösung aus Russland auf dem System einzusetzen ich bin sicher dass der Herr Kaspersky aus Russland kein böser Mensch ist immerhin hatte ich seine Software auch sehr sehr lange verwendet sie wurde mir einfach nur zu langsam sie hat also mein System zu stark in Anspruch genommen und seitdem nutze ich G-Data aus Bochum und bin immer noch sehr zufrieden damit ich freue mich auf ein weiteres Jahr mit G-Data also dann tschau tschüss und bis zum nächsten Tutorial eine schöne Woche für Das war's für heute.